Mein Name ist Theresa Marie Dax. Ich bin Assistenzärztin auf der Universitätsklinik für Radiologie und Nuklearmedizin und PhD-Studentin an der Klinischen Abteilung für Kardiologie der Universitätsklinik für Innere Medizin II. In unserer Arbeit haben wir Patientinnen und Patienten mit Herzinsuffizienz mit erhaltener Auswurffraktion untersucht, die zusätzlich an einem Lungenhochdruck leiden. Für diese Patienten gibt es aktuell keine Therapie. In unserer Studie haben wir uns nun den Wirkstoff Riociguat angeschaut, der durch seine Gefäßerweiternde Wirkung entlastend auf das Systemische und das Lungengefäßbett wirken soll. In unserer Studie konnten wir zeigen, dass Riociguat nach sechsmonatiger Therapie im Vergleich zu Placebo zu einer signifikanten, wenn auch moderaten Verbesserung der Hämodynamik unserer Patienten geführt hat. Das Ziel unserer Forschung ist, die Datenlage in diesem Bereich zu erweitern. Aktuell gibt es nicht viel und somit natürlich auch keine gezielten Therapieoptionen für diese Patienten. Ich denke, ich habe tagtäglich mit Uni Wien Momente mit meinen wunderbaren Kolleginnen und Kollegen, die mit Engagement, mit Spaß und mit Neugier ihrer klinischen Arbeit ihrer Forschung und Lehre nachgehen. Wenn ich nicht in der Klinik bin, freue ich mich, rauszugehen in die Natur, am liebsten laufen. Das ist für mich einfach ein wunderbarer Kontrast zum Alltag. Außerdem gehe ich sehr gerne reisen, erkunde gern fremde Kulturen und nehme ab und an auch ein Rezept mit nach Hause. Ich hatte schon in der Schule das Problem, dass mich sehr viele Dinge interessieren, sodass ich recht froh war, mit der Medizin einen so vielseitigen Beruf zwischen Menschlichkeit und Wissenschaft gefunden zu haben. Wenn es aber nichts mit der Medizin geworden wäre, dann denke ich wäre ich gerne Autorin geworden oder auch Restaurantkritikerin mit Schwerpunkt Kaiserschmarrn.